So Leute, willkommen zu den Bettoreal Shop Upgrades Date am 25.03.2020 Heute gibt es leider keine V-Bucks Mission das schon mal vorab die Seite wird sich heute um 14 Uhr verändern es kann sein dass wir noch mal ein Patch bekommen heute wenn sich das ändert wahrscheinlich in irgendein Event passiert heute aber ich zeige euch noch jetzt den Shop und dann zeige ich den euch um 14 Uhr noch mal was im Shop drin ist okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war der Shop vom 15. September 2019.